Hallo, ich bin Andi Strauß und ihr solltet alle auf Lukas Fassnacht hören, denn er ist einer der großartigsten Menschen, die es im ganzen Frankenland überhaupt gibt. Wenn ihr euch was beibringt, nehmt es für bare Münze. Er ist ein guter Junge, er ist der Babo, der Wort Babo. Genießt seine Kurse, als wären sie ein Genussmittel. Schönen Tag. Schönen Tag.